So Leute, was geht denn? Heute sind wir auf MI, Toter Planet, Produced by... ...Num...Num...Ne...Monia, heißt das wahrscheinlich, sollte das heißen, Rechten. Lange ist es her, ja, dass ich auf MI reagiert habe. Dennoch habe ich seine Songs immer und immer wieder gehört. Ich bin sehr gespannt. Wirklich sehr gespannt. Ich liebe seine Musik immer noch, ich feiere ihn als Person sehr. Wir hören uns doch einfach mal an. Und ich stehe hier, versuch den Scheiß zu begreifen. Schon lange glaub ich nicht mehr das, was die Zeitungen schreiben. Ich bin zuhause alleine, doch unter Freunden vereint. Es gibt kaum noch eine Sache, die mir Freude verleiht. Gib Acht, weil sich das Scheißleben jeden Tag verändert. War unter Tränen, selbe Gegend, jeden Tag im Dezember. Mein Kopf oft Schrott, sie reden so wie Gespenster. Dein Pegelett tränkt im Elend, vergeht nicht mit dem Kalender. Keine Ziele, alles das, was ich tat, ist schon längst am Acht. Auf anderen Weg, Vergangenes wären und ich denk, wer es war. Ich frag mich, gibt es einen Ausweg? Weg von dieser Erde, ich weiß nicht, ist es schon so weit? Schöne Ausdicht auf jeden Fall. Ich hatte Höhenangst. So wenigstens nämlich. Kurze Story zu Emma. Ich hatte damals, als ich in einem... Wie sagt man das in Deutschland? Keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall damals in einem Sportgeschäft gearbeitet. Und da durftest du, wenn du halt... Also ich war da schon sehr, sehr lange. Und hab da halt mal... Einmal hab ich so einen Putzdienst gehabt. Hab halt den Laden putzen müssen. Und da hab ich halt dann Emma abgespielt. Und zwar der Song war... Fick die Welt, ich hau ab. Und dann ist meine Chefin reingekommen. Die hat sich auch nur so gefragt. Okay, kriegst du die gut, Max? Und die hat mich danach wirklich angesprochen. Und dann meinte sie so, Max, alles gut, müssen wir reden? Und ich so, nee, alles gut, ist nur ein Song. Alles gut, ich spür den einfach nur sehr. Okay. Und manche Leute werden käuflich und werden zu weit. Ich frag mich. Gibt es einen Ausweg? Weg von dieser Erde, ich weiß nicht. Ist es schon so weit? Yeah. Ich frag mich. Komm, ich kann auch raus hier? Oh, wenn die Scheibe der Zeit bricht. Und dann zurück auf diesen toten Planeten. Ja. Ach, deswegen ist er so hoch und nach oben gegangen. Nur um so ein bisschen Schnee zu filmen. Ich hab wieder keinen zu Weihnachten. Ich frag mich. Gibt es einen Ausweg? Boah. Boah. Ah, guter Song. Sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr guter Song, sehr, sehr guter Song, no job, echt gut, ohne, wenn ihr Miceb, Miceb sag ich schon, Digga, Uff, M-I unterstützen wollt, dann geht gerne unten auf die Videobeschreibung, da ist ein Link dazu, oder ihr könnt einfach ihn oben in der Suchleiste suchen, M-I, M-I-C-E-B geschrieben, ja, checkt den Jungen aus, der hat es verdient, gönnt ihm auch ein Abo und ein Like, ich würde sagen, haust da rein, tschüss, mit Ö, tschüss, tschüss.